Die Tischlerei Rüscher in Probsteyerhagen, individuell und punktgenau. Wir sind Ihr Partner für maßgefertigte Möbel und Innenausbau seit 1977. Damals wurde die Tischlerei von Harm Rüscher in Schönhorst bei Schönkirchen gegründet. Der aufstrebende Betrieb wechselte in den darauffolgenden Jahren mehrmals den Standort, bis 2006 der Firmensitz schließlich nach Probsteyerhagen bei Kiel in neue und großzügigere Räumlichkeiten verlegt wurde. Heute stehen Ihnen hier fast 1500 Quadratmeter Produktionsfläche mit fortschrittlichsten Maschinen zur Verfügung. Die Rüscher GmbH gehört damit zu den modernsten Tischlereien im Land. Technik und Know-how, das ist die Rüscher Tischlerei und Innenausbau GmbH in Probsteyerhagen. Unsere computergesteuerte Fertigung wird von einem hochqualifizierten Mitarbeiterteam bedient, das neben dem nötigen Fachwissen auch über langjährige Erfahrung verfügt. Angefangen von der professionellen, detaillierten Entwurfs- und Ausführungsplanung über die Produktion in den eigenen Werkhallen bis hin zur Lackiererei, bekommen Sie bei Rüscher Ihre Wunschmöbel oder Inneneinrichtung aus einer Hand. Selbstverständlich produzieren wir für Sie auf Wunsch auch in Massivholz. Durch unsere langjährige Erfahrung im erstklassigen, individuellen Innenausbau sind wir nicht nur Ihr Partner für die Ausführung, sondern bereits Ihr Ansprechpartner für eine umfassende, professionelle und detaillierte Planung. Selbstverständlich bauen wir die von uns gefertigten Inneneinrichtungen und Möbel auch bei Ihnen vor Ort individuell und punktgenau ein. Die Tischlerei Rüscher in Probsteyerhagen bietet Ihnen Ladenbau, Apotheken, Gastronomie und Hotellerieausrüstung, Möbelbau und private Inneneinrichtungen. Was können wir für Sie tun? Die Tischlerei Rüscher in Probsteyerhagen. Individuell und punktgenau.